hallo und damit herzlich willkommen hier zu einem etwas anderen video zu einem etwas anderen spielchen hier und zwar ein dating simulator ja jetzt richtig gehört ein dating simulator wir spielen heute tatsächlich einen dating simulator ich habe einfach mal gedacht heute müssen wir wieder ein bisschen mehr in diese materie einsteigen ein bisschen mehr in dieses thema hier ein bisschen mehr in dieser art von frauen besuchen jedenfalls habe ich mir gedacht diese frauen müssen wir uns auch unbedingt mal genauer angucken die müssen auch mal unbedingt treffen und deswegen sind wir jetzt hier bei ariane oder alien oder wie man ihren namen auch aussprechen mag und wir treffen sie heute quasi wie ihr seht schon ein wunderschönes empfangsbild das heißt sie zeigt uns schon den weg in ihre wohnung rein deswegen ist es auch ganz toll hier shows what happens next by clicking on a link aliens response will appear in this area the action you select will determine what happens next ich weiß nicht was ich mir dafür für ein quark ausgesucht habe ich habe auch keine ahnung warum ich mir das ausgesucht habe warum ich jetzt diesen schritt wage ich kann es euch nicht sagen und deswegen wir klicken einfach mal auf jetzt intro doos yourself introduce yourself so you hello i will be your date this evening ja warum geht es jetzt nicht weiter ariane willst du mich nicht sie will mich nicht seht ihr ich klicke drauf und es passiert nichts ja hier willst du mich nicht willst du mich nicht so nachdem ich jetzt stunden auf diesen link geklickt habe hat es jetzt endlich funktioniert wir sind jetzt beim nächsten schritt und zwar haben wir jetzt hier kommt die mit her looks say something smart say something funny oder gefe hat hello i'm aria nice to meet you oh wir sind ein schritt weiter gekommen mein das ging ja schnell sitze ich jetzt schon direkt so vor ihr alter heftig okay wir wollen ja glaube ich jetzt gleich ein bisschen mehr zur sache gehen da gehen wir doch einfach mal auf kompliment her looks ein reim oder sie gleich küssen nach zwei das nach zwei sätzen die wir da gesprochen haben okay wir nehmen uns diese herausforderung an und der server ist momentan nicht erreichbar der server ist momentan nicht erreichbar mein gott ich will ja einen ich habe hier ein date und da gibt es da kann es nicht sein dass jetzt aber nicht erreichbar sind diese seite kann ich angezeigt werden ach du gehst mir jetzt schon auf den keks so wir haben sie jetzt tatsächlich geküsst wir sind jetzt ein schritt weiter stopp kissing das heißt man kann sich jetzt dieses bild hier stundenlang angucken und so lange küssen sie sich auch quasi oder so lange küssen wir uns und wir können jetzt das mit dem küssen wieder beenden you give a quick pic on the lips so i couldn't help myself here so okay so cute i just wanted to test if our server was alter leute was ist das schon wieder für ein spiel warum warum spielen wir das i wanted to break the tension well if we are going to bed together we need to start somewhere also ich würde mal sagen wir nehmen einfach mal etwas anderes und nehmen wir einfach mal jetzt kommen wir mal das jetzt hier bitte bitte hallo ich habe hier ein date muss eigentlich genügen halt das ist doch nicht wahr was das für eine seite man ich habe hier ein date und ich möchte jetzt auch einfach nur so wir sind jetzt wieder einen schritt weiter und jetzt nur hier bei apple i apologize if i was a bit pushen oma's is how sweet of you to say ok gut gehen wir mal darauf so and stuff jetzt you are a kind gentleman before we go on how old are you under 18 oder 18 or over ab hier beginnt das fiese ab hier beginnt das nicht mehr jugendfreie alle die jetzt unter 18 sind müssten jetzt wegschalten jetzt müsstet ihr wegschalten natürlich nicht man guckt euch das mal an jetzt hier den ganzen kram obwohl wollen wir uns das wirklich antun ok 18 or over wahrscheinlich dürfte ich es wahrscheinlich sonst gar nicht weiterspielen würde gleich sagen so bla 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 und dann die seite ist sowieso schon nicht so richtig erreichbar da stürzt das aber sowieso schon ständig ab deswegen habe ich es einfach jetzt mal so angeklickt nee komm wir wollen immer gleich zur sache wir haben keine zeit verdammt noch mal und deshalb war es nicht erreichbar dieses dieses spiel ist jetzt schon der hammer man kann sich das spiel übrigens auch noch downloaden dann kann man es direkt auf dem pc spielen und nicht nur im browser aber das funktioniert auch schon irgendwie nicht weil da muss man mit irgendeinem mit irgendeinem programm das ganze dann diesen datei typ öffnen und ich habe keine ahnung mit welchem das funktionieren soll deswegen das ist ein sehr aufregendes date ich kann mich kaum vor freude halten jetzt ist übrigens schon mit offenem mund zu sehen ich habe sie jetzt wieder geküsst sie ist schon mit offenem mund jetzt zu sehen jetzt jetzt wird es riskant jetzt kommen wir gehen jetzt wirklich voll in die offensive warum musik kommen go to another room go back to the couch pick a little pick a light chess playlist pick a rock playlist komm nimm jetzt immer nehmen wir müssen sich eine romantische kommen es soll romantisch sein kürzerweil dancing change music or dance again go back to the couch go to another room deep and kiss her neck komm das machen wir jetzt was ernsthaft jetzt i get it you like kissing i think i get it you like kissing i think things are getting to awkward too early on a scale of one to ten you get it to the end oh mein gott wir haben total fair kack bei ihr wir haben total verkack bei ihr ich wollte doch wir sind so romantisch wir sind sowas und eine romantische person werden werden sie begeistert ich bin ich bin ein bisschen schockiert jetzt von diesem spiel ich bin jetzt ein bisschen schockiert von diesem spiel aber ich denke mal wir müssen das noch mal spielen und zwar dann werden wir ein bisschen genauer darauf eingehen und nicht immer so darauf los sein wir waren jetzt ziemlich wir waren jetzt ziemlich plötzlich glaube ich was das hat er nicht gefallen wir waren zu wir waren zu sehr fixiert auf gewisse dinge das war es auf jeden fall mit diesem komischen spiel werden es aber auf jeden fall noch mal spielen dann aber das wird tatsächlich wohl ein paar andere wege einleiten aber ich wollte doch nur musik und dann beim bei der musik beim tanzen küssen was hat die da für ein problem mit einmal vor allem erst acht jaja es ist schön ist geil und dann nö jetzt 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 reicht es jetzt ist vorbei jetzt hast du von zehn punkten kriegst jetzt zwei zwei punkte nur jetzt ist vorbei hier schluss ende hä? tschüss